Schönen guten Tag! Es ist wieder orangefarbener Freitag vor der Brotfabrik. Heute Gesungenes und Gesprochenes mit der Galeriebrigade und mit Ihnen. Denn wir möchten Sie dazu ermuntern, sich gemeinsam mit uns, besonders bei den Gesangsdarbietungen, zum Obst zu machen. Frei nach dem Motto, nicht schön, aber selten. Durchs Gebirge, durch die Steppen zu, unsere kühne Division. Hier zur Küste dieser Weißen, heiß umstrittenen Bastion. Hier zur Küste dieser Weißen, heiß umstrittenen Bastion. Und von Blut wie unsere Fahne, war das Zeug doch treu den Schwur. Stürmten wir die Eskadronen, Partisanen vom Armur. Kampf und Ruhm und bittere Jahre, ewig bleibt im Ohr der Klang. Das Hurra der Partisanen, als der Sturm aufs Spass gelang. Das Hurra der Partisanen, als der Sturm aufs Spass gelang. Klingt es auch wie eine Sage, kann es doch kein Märchen sein. Und so jagten wir das Pakt zum Teufel, General und Achtermann. Unser Feld zum Pfand sein Ende, erst am stillen Ozean. Unser Feld zum Pfand sein Ende, erst am stillen Ozean. Bravo! Jolifancho Bambla, Afali Bambla, Grossiga Mfla, Habla Horen, Egida Gorame, Vigo-Bloiko-Rusola-Uyu, Holaka-Hollaya, Palongo-Bung, Blago-Bung, Blago-Bung, Vosso-Fataka, U-U-U-U, Champa-Vula-Busa-Olobo, Hei-Tatagoren, Eshigi-Zunbada, Bulubu, Tsubudu, Bulubu, Tsubudu, Tumba, Ba-U-U-U-F, Kusugauma, Ba-U-U-F, Karawane von Hugo Ball, 1917. Dada ist wie eure Hoffnungen, nichts, wie euer Paradies, nichts, wie eure Idole, nichts, wie eure politischen Führer, nichts, wie eure Helden, nichts, wie eure Künstler, nichts, wie eure Religionen, nichts. Franzis Picabia, 1920. Prophetisch. Du hast ja ein Ziel vor den Augen, damit du in der Welt dich nicht irrst, damit du weißt, was du machen sollst, damit du einmal besser leben wirst. Denn die Welt braucht dich genau wie du siehst, denn die Welt kann ohne dich nicht sein. Das Leben ist eine schöne Melodie, Kamerad, Kamerad, Stimm ein. Allen die Welt und jedem die Sonne, fröhliche Herzen, strahlender Blick. Fassen die Hände, Hamer und Spaten, wir sind Soldaten, kämpfer fürs Glück. Und hast du dich einmal entschlossen, dann darfst du nicht mehr rückwärts gehen. Dann musst du deinen Genossen als Fahne vor dem Herzen stehen. Denn sie brauchen dich genau wie du siehst, du bist das Fell und sie schöpfen aus dir Kraft. Darum geh voran und erquicke sie, Kamerad, dann wird's geschafft. Wir sind Soldaten, kämpfer fürs Glück. Applaus, Zugabe! Bei den fleißigen Ameisen herrscht eine sonderbare Sitte. Die Ameise, die in acht Tagen am meisten gearbeitet hat, wird am neunten Tage feierlich gebraten und von den Ameisen ihres Stammes gemeinschaftlich verspeist. Die Ameisen glauben, dass durch dieses Gericht der Arbeitsgeist der Fleißigsten auf die Essenden übergehen. Und es ist für eine Ameise eine ganz außerordentliche Ehre, feierlich am neunten Tage gebraten und verspeist zu werden. Trotzdem ist es einmal vorgekommen, dass eine der fleißigsten Ameisen, kurz vorm Gebratenwerden, noch folgende kleine Rede hielt. Meine lieben Brüder und Schwestern, es ist mir ja ungemein angenehm, dass ihr mich so ehren wollt. Ich muss euch aber gestehen, dass es mir noch angenehmer sein würde, wenn ich nicht die fleißigste gewesen wäre. Man lebt doch nicht bloß, um sich tot zu schuften. Wozu denn? Schrien die Ameisen ihres Stammes und schmissen die große Rednerin schnell in die Bratpfanne. Sonst hätte dieses dumme Tier noch mehr geredet. Paul Scherbart, die gebratene Ameise, Arbeitsspaß, 1902. Vielen Dank. Versen sind keine Piroggen, wir sind für euch keine Ehringe. Unsere Mama ist nicht eure Mama, die Kunst ist ein Schrank. Losungen der Aubergue, Leningrad, 20er Jahre. Zum Schluss unserer kleinen Hammer-Revue. Wollen wir noch ein Singlied? Vielen Dank für Ihr Verständnis, Sie waren ein wunderbares Publikum. Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Man sagt auf Wiedersehen und denkt beim Glasewein, dann schließlich wird der andere auch ganz reizend sein. Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Man sagt auf Wiedersehen und denkt sich heimlich los. Na endlich bin ich wieder ein Verhältnis los. Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Man sagt auf Wiedersehen und denkt sich heimlich los. Nein endlich bin ich wieder ein Verhältnis los. Na endlich bin ich wieder ein Verhältnis los. Du hast doch nicht angefangen! Das ist das, was ich meine! Ich kann so nicht arbeiten! Du hast aber vorfeilig angestimmt. Ich wollte das Tempo kommen! Ich wollte, weil ich kein Tempo gemacht habe. So, jetzt das Tempo! Durch die Steppe zu!